So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das sind ja die brandneuen und aktuellen Playmobil Mubbelmoor Wundertüten. Nummer 1. Für rund 7 Euro das Stück. Ja, 7 Euro. Aber ihr kennt mein Flohmarkt Video. Ich habe dafür die Hälfte bezahlt. Dann kann man es machen. Dann kann man ruhig, auch wenn man kein Playmobil so Fan ist. Aber ich habe sie eben für euch nochmal drei Stück aufmachen. Ihr seht es, es ist ja eh dieselben oder gleiche Töten. Aber mal gucken, was für sechs neue Figuren ich habe. Diese wären richtig cool. Aber mal gucken. Und für all diejenigen, die sich schon ein oder mehrere von diesen Wundertüten gekauft hatten, schreibt in den Kommentaren, was ihr drin hattet. Das gleiche, was ich jetzt gleich drin habe oder was anderes. Weil vielleicht willst du ein anderer wissen, ob es doch was anderes drin gibt. Ist ja meistens auch so, weil Leo ist immer dieselbe drin. Könnte bei Playmobil natürlich auch sein. Deswegen schreibt es in die Kommentare. Schon mal cool. Aber ihr kennt das ja. Auch hier zählt natürlich. Ich werde euch irgendwas von Playmobil und Mobilmoor unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, wisst ihr ja, unterstützt ihr meinen Kanal. Danke dafür und für den Daumen sowieso immer hoch. So. Zwei coole Ritter. Ich hoffe jetzt nicht, dass es immer dieselben drin sind. Aber kann man das flüchtig in der Armee von gebrauchen. Ein oder andere auf dem Schiff oder so. Und ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Ja. So. Cool. Coole Bösewichte auf jeden Fall. Mit Morgenstellen wäre cool. Der wäre cool. Sonst eigentlich weniger. Die beiden sind aber immer drin. Ihr seht es. Dritte und letzte. Für heute. Kann man sich natürlich eine Armee von vorstellen. Das war es. Ja. Alles drei die gleichen oder selben drin gewesen. Also. Was findet ihr davon? Was haltet ihr davon? Das ist immer dieselben drin gewesen. Könnt ihr euch davon eine Armee vorstellen? Habt ihr euch eine Armee davon aufgebaut? Aber nichtsdestotrotz. Was haltet ihr von die Wundertüte? Ich werde euch irgendwas vom Playmobil und Mobilmoor unter das Video verlinken. Wie gesagt. Sicher, bequem und günstig. Und danke, wenn ihr den Link benutzt. Jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und allerwichtigste ist natürlich. Bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.